Hallo, ich bin Nicole. Ich bin Helga und wir sind Wahlhelfer. Ich war bis zur vorigen Wahl Wahlvorsteher in einem Briefwahllokal und meine Tochter war Stellvertreter. Jetzt haben wir die Rollen getauscht. Ich bin Stellvertreter und ich bin Vorsteher. Das Wahllokal macht um 8 Uhr auf und man hat die Möglichkeit seine Stimme bis 18 Uhr abzugeben. Danach zählt ihr alle zusammen die Stimmen aus und meldet ihr ans Rathaus. Wie läuft das eigentlich im Briefwahllokal? So ähnlich, nur dass wir uns erst um 14 Uhr treffen. Um 15 Uhr bekommen wir dann von der Briefwahlstelle eine Urne und die ganzen Wahlbriefunterlagen drin sind und die werden dann um 15 Uhr das erste Mal gezählt, aber nur die Umschläge. Die Stimmen werden auch erst ab 18 Uhr ausgezählt und die Meldung geht dann auch ans Rathaus. Sehr interessant. Also uns bleibt zum Schluss nur zu sagen, wenn ihr Bock habt auf dieses Ehrenamt, das auch vergütet wird, dann meldet euch einfach auf der unten eingeblendeten Adresse und werdet Wahlhelfer.